Die Mobile Kühlbox, auch als Camping-Kühlbox bekannt, ist ein tragbares Gerät, das entwickelt wurde, um Lebensmittel und Getränke kühl zu halten, insbesondere während Reisen, Campingausflügen oder Picknicks. Sie funktioniert oft mit Strom aus dem Auto oder aus separaten Batterien und nutzt thermoelektrische oder kompressorbetriebene Technologien, um eine kühle Umgebung im Inneren aufrecht zu erhalten. Mobile Kühlboxen sind wichtig, da sie es ermöglichen, verderbliche Lebensmittel sicher zu transportieren und frisch zu halten, was die Flexibilität und den Komfort bei Outdoor-Aktivitäten und unterwegs erheblich erhöht. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 beste Mobile Kühlbox. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Tilvex Kühlbox elektrisch 24L. Die Tilvex Kühlbox ist mit einem fest installierten 12V-KFZ-Bordspannungsanschluss und einem 220- bis 240V-Anschluss ausgestattet. Sie eignet sich ideal zum Campen, für den Urlaub oder Ausflüge zum Badesee. Durch die Kühlfunktion können die Temperaturen um bis zu 18 Grad Celsius unter die Umgebungstemperatur gesenkt werden. Die integrierte Warmhaltefunktion erlaubt es, Speisen bei einer Temperatur von bis zu 65 Grad Celsius warm zu halten. Somit können Lebensmittel und Getränke in dieser 24 Liter Kühlbox sowohl gekühlt als auch warm gehalten werden. Der Energiesparmodus kann durch eine Schalterstellung aktiviert werden, wodurch der Mini-Kühlschrank leise läuft und mit reduzierter Leistung betrieben wird. Im MAX-Modus steht die maximale Leistung zur Verfügung. Ein praktischer Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport der Kühlbox. Das Design wird durch einen abnehmbaren Deckel, eine Deckelverriegelung und ein nützliches Kabelfach zur sicheren Aufbewahrung abgerundet. Hier ist der Punkt Nummer 4, Zornelektrische Kühlbox. Raumwunder mit maximalem Inhalt gemäß Norm. Der Behälter mit einem Fassungsvermögen von 30 Liter nach DIN N15502 bietet ausreichend Platz. Sie können sicher 36 Dosen darin verstauen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Deckel zu fixieren, damit Sie beide Hände frei haben, um die Kühlbox zu beladen. Die Verarbeitung ist robust und das Leergewicht beträgt 3,85 Kilogramm, der Körper ist besonders widerstandsfähig und schlagfest dank hochwertiger EPS-Isolierung. Das zuverlässige und wartungsfreie Peltierkühlsystem ermöglicht es, Speisen und Getränke um bis zu 17 Grad Celsius unter Umgebungstemperatur zu kühlen. Eine Dichtung im Deckel reduziert zusätzlich die Kondensation. Somit bleiben auch bei längerem Betrieb Ihre Sachen trocken. Beachten Sie bitte die optimale Anwendung in der Gebrauchsanweisung. Der Punkt Nummer 3, Alpikool CF 55. Der tragbare Kühlschrank von Alpkool besitzt die Fähigkeit, Ihre Autobatterie vor Entladung zu schützen. Falls die Ausgangsspannung nicht ausreichend ist, schaltet der Kühlschrank automatisch ab, um sicherzustellen, dass Ihr Auto immer startbereit bleibt. Sobald die Ausgangsspannung wieder stabil ist, wird der Kühlschrank automatisch reaktiviert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, die Kühlschrankeinstellungen bei der nächsten Nutzung erneut anzupassen. Das Modell CF 55 ist ein Autokühlschrank, der sowohl als kühl- als auch als Gefrierschrank verwendet werden kann. Sollte die Temperatur unter 0 Grad Celsius sinken, gewährleistet der Gefrierraum eine einwandfreie Gefrierleistung, ohne die Kühlung des Hauptfachs zu beeinträchtigen. Der Gefrierraum ist zudem mit einem Korbsystem ausgestattet, das Lebensmittel ordentlich und ohne Verkleben aufbewahrt. Dieser Autokühlschrank wird mit Gleichstrom- und Wechselstromkabeln geliefert, um den Bedürfnissen einer Verwendung im Freien und in Innenräumen gerecht zu werden. Er eignet sich für verschiedene Anlässe wie Selbstfahrertouren, Picknicks, Camping und Grillen. Der Wechselstromstecker ist im europäischen Stil gehalten und somit für die meisten europäischen Länder geeignet. Nummer 2 in unserer Liste, Mobicool MQ40A Dank großzügiger Isolierung, doppeltem Lüftersystem und geteiltem Deckel erzielt die Mobicool MQ40A schnell und effizient niedrige Temperaturen. Sie können damit Lebensmittel aller Art problemlos transportieren, sogar bei Kühlung von bis zu minus 20 Grad Celsius unter Raumtemperatur. Die klappbaren Griffe sind platzsparend und ermöglichen mühelosen Transport. Zusätzlich befindet sich im Deckel ein praktisches Fach zur Aufbewahrung von Kabeln, sodass Sie diese beim nächsten Gebrauch problemlos finden können. Wir sind begeistert von dieser eleganten Reisekühlbox. Die MQ40A stellt tatsächlich unser leistungsstärkstes Modell aus der thermoelektrischen Kategorie dar. Dank der Aluminiumverkleidung wirkt die Box edel und überzeugt gleichzeitig mit hervorragender Kühlleistung. Die einklappbaren stabilen Seitengriffe ermöglichen einen problemlosen Transport für coole Events. Die Nummer 1 in unserer Liste, Kesser 40L Kühlbox. Die 40 Liter Kesser Kühlbox versorgt Sie im Sommer mit kühlen Getränken und im Winter mit warmen Speisen. Dieser vielseitige Allrounder ist sowohl mit einer Kühl- als auch mit einer Wärmefunktion ausgestattet. Dank eines thermostatisch geregelten Warmhaltemodus können Speisen auf Temperaturen von bis zu 65 Grad gehalten werden. Die integrierten Gummirollen und der extra lange Traggriff bieten hohe Mobilität. Durch Einstellung auf Maximallöstung erreichen Sie die volle Kühllöstung der Box, während der Eco-Modus mit nur 8 Watt auskommt und nahezu geräuschlos arbeitet. Dieser Modus eignet sich ideal, um Gegenstände über Nacht kühl zu halten, ohne dabei viel Strom zu verbrauchen. Der Eco-Modus kann nur bei einer Stromversorgung von 230 Volt genutzt werden. Eine Schmelzsicherung im 12-Volt-Stecker schützt die Kühlbox, selbst wenn der Zigarettenanzünder im Auto nicht funktioniert. Die rote Kappe kann abgedreht werden, um die Sicherung problemlos auszutauschen. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das beste Mobile-Kühlbox unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.